Ein Mann präsentiert sich momentan in überragender Form und das ist Kevin Mitchell. Kevin, du bist in unglaublicher Form, aber auch das ganze Team. Was denkst du daran? Ich denke, es ist wirklich wichtig für mich und das Team. Die Dinge sind gut und wir haben uns in eine schlechte Position in den Anfang des Jahres. Es ist also ein guter Zeit für uns jetzt, mit zehn Spiele zu gehen. Hatte du an dem Anfang der Saison erwähnt, dass die Forest 4 und die Kapitals für die 6. Position haben? Ich würde wahrscheinlich nicht glauben. In den Anfang des Jahres dachte ich, dass wir ein viel besseres Start kommen. Und mit der Linie und der Talent, die sie haben, ich dachte, sie würden auch besser machen. Aber das ist nicht so, wie es funktioniert und man kann nie sagen. Es ist ein großes Spiel heute Abend. Wie groß ist es für dich, für deine Team und für die Fans? Es ist großartig. Wir brauchen diese Punkte, besonders in unserem Home-Games. Es ist ein großes Spiel für sie und uns und es ist auf unserem Home-Eis. Wir müssen hier raus und gewinnen. Und mit deinem Team, die Harmonie ist perfekt und die MUTE. Wie wichtig ist es für Kevin Mitchell und für die Team? Es ist lustig. Die meisten Leute sind in der Locker-Ruhe. Ich versuche, etwas Spaß zu bringen. Es ist wichtig, wir spielen ein Kinds-Games und wir haben es bezahlt, um es zu tun zu machen. Du musst es genießen, weil es nicht lange dauert. Ich hoffe, dass du es auch heute genießen möchtest. Vielen Dank, Kevin Mitchell und damit zurück ins Studio. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.